Kapitel 43 Das Bild von Scorpius Hermines Tag im Ministerium war eine absolute Katastrophe. Die Mitarbeiter waren über die Neuigkeit mehr als nur entrüstet und es flogen aberhundert von Beschwerden sowie Anregungen und Fragen über den Demontia aus der Bevölkerung ein, für die sich niemand verantwortlich fühlte. Hermine war den ganzen Tag damit beschäftigt, die einfliegenden Memos zu bearbeiten und von Abteilung zu Abteilung zu hetzen. Als sie sich dann gegen 16 Uhr erschöpft in den Sitz zurücklehnte und die Augen für eine einzige Sekunde schloss, klatschte plötzlich Errol, die tollpatschige Eule der Weasley-Family, ans Fenster. Hermine stand sofort auf und ließ ihn hinein. Es war ein Brief von Ginny. Hey, meine beste Freundin, ich habe mir dein Rat zu Herzen genommen und jetzt halt dich fest! Ich habe ein Vorstellungsgespräch! Heute noch! Holst du bitte Albus mit Scorpius ab? Bin aufgeregt! Drück mir die Daumen, Ginny! PS! Kinderquidditch fällt aus! Du musst mein Monster anderweitig beschäftigen! Während des Lesens riss Hermine ihre Augen auf. Scorpius! Sie musste ihn doch von der Schule abholen! Also war sie wieder damit beschäftigt, von Büro zu Büro zu rennen und irgendeinem kompetenten Mitarbeiter zu finden, der ihr zur Hand gehen konnte, solange sie Scorpius und Albus abholte. Der Einzige, der in Frage kam, war Zack. Dieser sah etwas verdutzt aus, als Hermine mit ihrem Dutt, dem Knitterblazer und den hochroten Wangen schlitternd an seiner Tür Halt machte und ihm um Hilfe bat. Ich müsste noch einmal ganz dringend los. Es wäre super, wenn sie in der Zeit in meinem Büro etwas die Stellung halten würden. Zack, der bis dato in makellosem Zustand an seinem Bürotisch saß und aus einer tastet Kaffee schlürfte, fing breit an zu grinsen. Er stand auf und lief auf Hermine zu. Ich weiß nicht mehr, wie ich Zack gesprochen habe. Hermine, machen Sie sich den Tag frei, ich kümmere mich. Hermine lächelte dankbar. Ich danke Ihnen, Zack, wirklich. Ich werde so schnell wie möglich wieder herkommen. Ich bin gegen 19 Uhr zurück und übernehme den Rest. Mit ihrer Perlenhandtasche an ihrer Seite apparierte sie sofort zur Schule. Mami! Scorpius und Albus rannten fast gleichzeitig auf Hermine zu, um sie zu drücken. Na ihr beiden, was schön heute! Die beiden nickten kräftig und fingen abwechselnd an zu erzählen. Dabei ergänzten sie sich ständig gegenseitig, sodass Hermine von dem einen zum anderen blickte. Ich habe geweint, weil Oma Molly mir Essen gemacht hat, das wie Arrels Kakao sah. Dann habe ich Albi von meinem Sandwich was gegeben. Ja, und er wollte mir eine Schokofroschkarte von Dombidor geben. Und Albi durfte meinen Zauberstift benutzen. Ja, ich habe Scorp gesagt, dass er beim Zauberschach gewinnen darf, wenn er zu mir kommen kann. Ja, und dann haben wir ein Bild für den Familientag gemalt. Hermine stoppte die beiden, indem sie ihre Hände auf ihre Köpfe legte, ihre Haare verwuschelte und anfing zu lachen. Langsam, langsam! Ich komme ja schon fast gar nicht mehr mit! Lass uns nach Hause gehen, ja? Albus, du kommst heute mit zu Scorpius. Seine Mutter kommt etwas später. Die Kinder jubelten und kreischten vor Freude, während Hermine sich mit einem Lächeln und einem Winken von der Lehrerin verabschiedete. Diese kam noch mal an die Klassentür, gab den Kindern ihre Bilder und räusperte sich freundlich, als sie Scorpius dabei beobachtete, wie er glücklich auf der Stelle sprang und Hermine gerade das gemalte Bild hinhalten wollte. Die Lehrerin wirkte sichtlich nervös. Oh, lieber nicht Scorpius. Ihr könnt sie ja zu Hause der Familie zeigen. Hermine warf der Lehrerin ein verwirrtes Blächeln zu und hatte das Gefühl, dass sie dafür schon fast einen mitleidigen Blick erntete. Was hatte diese seltsame Lehrerin nur? Was hatte diese seltsame Lehrerin nur? Wie auch immer, Hermine und die Kinder verabschiedeten sich und machten sich gemeinsam auf den Weg zu Draco. Hermines Herz wurmerte furchtbar. Hermine und die Kinder stiegen gemeinsam ins fliegende Taxi, das sie heraufbeschworen hatte, als sie nach einigen Minuten auch schon auf dem Grundstück von Draco landeten. Nachdenklich lief Hermine den Kindern hinterher, die zwischenzeitlich um den See herumtobten. Ob Draco zu Hause war? Vor dem Haus angekommen, öffnete Hermine die Tür mit einem einfachen Alohomora. Der Zauber funktionierte bei ihr, da Draco ihr die Berechtigung dazu erteilt hatte. Albus und Scorpius rannten hinein. Das erste, was die beiden auf dem Tisch liegen sahen, waren zwei riesige Kartons, die die Kinder gespannt musterten. Scorpius wandte sich zu Hermine um und deutete mit seinem kleinen Finger darauf. Mami, guck mal! Hier ist Post! Ich schau mir das mal an. Hermine lief auf die Kartons zu und stellte auf dem Sender überrascht fest, dass es sich um die Gryffindor und Slytherin Bestellung handelte, die sich bei der Putzfrau neulich gekauft hatten. Nein! Auf dem Absender stand nämlich Melina Zaren mit dem dazugehörigen Postfach und den großen Lettern Mystery Box. Hermine lächelte und wandte sich zu den Kindern. Das ist eine kleine Überraschung für euch beide. Aber erst geht ihr die Hände waschen und Hausaufgaben machen. Ich koche uns währenddessen was Leckeres. Nach dem Essen könnt ihr die Pakete öffnen. Scorpius machte große Augen und Albus fing an zu stottern. Eine Überraschung? Für uns, Tante Mine? Komm, Scorpius, wir müssen ganz, ganz schnell die Hausaufgaben machen! Die beiden rannten mit ihren riesigen Ranzen auf dem Rücken die Treppe hoch und in Scorpius' Zimmer, was Hermine kopfschüttelnd zum Lächeln brachte und sie ihren Blazer ablegte. Sie warf einen Blick in die Küche, doch dort war niemand. Es sah ziemlich leer in der Wohnung aus. Es schien keiner außer ihnen hier zu sein. Trotzdem räusperte Mine sich zaghaft. Draco? Bist du da? Stille. Er war nicht hier. Vielleicht war er in seinem Büro im Häuschen nebenan. Aber sie entschloss sich, nicht nachschauen zu gehen. Sie würde einfach für die Kinder kochen und warten, bis der Blonde nach Hause kam. Jedoch ließ sie zag zumindest eine Memo ins Ministerium zukommen, dass sie halt doch nicht mehr ins Büro kommen würde. Sie müsste sich jetzt um die kleinen Schätze kümmern und ihren Kopf freikriegen. Hermine und die Kinder saßen auf der Terrasse und aßen gemeinsam Pasta mit leckerer Sahnesoße, als sie hörten, wie die Haustür zugeknallt wurde und jemand laut fluchte. Die Kinder warfen einen Blick ins Innere der Wohnung und Scorpio sah Hermine an. Ist das Daddy? Ist der Böser? Hermine rückte sofort ihren Stuhl und stand auf. Alles okay, mein Schatz. Ist ruhig weiter. Ich komme sofort. Hermine lief hinein, während Draco schlecht gelaunt seine Anzugjacke auszog und seinen Kopf hob. Als Hermine bemerkte, wirkte er etwas überrascht und seine Zornesfalten auf der Stirn waren für einen Moment verschwunden. Für einen Moment standen sie sich gegenüber, als Hermine auf die Terrasse zeigte. Ich habe Pasta gekocht. Albus ist da. Ich hoffe, es ist okay. Genie hat heute etwas zu tun. Willst du mit essen? Draco räusperte sich. Nein, ist natürlich kein Problem. Ich komme gleich. Draco wandte sich um, hing sein Jackett auf und blickte Hermine einen Moment an. Ich gehe kurz Hände waschen. Mit diesen Worten lief er in die Küche und Hermine ging zurück auf die Terrasse. Schon wieder war er so seltsam, kühn und emotionslos. Sie hätte es nicht für möglich gehalten, dieses Gefühl zu verspüren, aber in diesem Moment widerte er sie nur noch an mit seiner andauernd schlechten Laune. Nicht einmal ein Kuss oder eine anständige Begrüßung und das, obwohl er gestern Abend zu ihr kam und sich mehr oder weniger verwöhnen wollte. Hermine pustete Luft aus und setzte sich wieder an ihren Platz, als Draco nach einigen Minuten kam und sich zu ihnen an den Tisch setzte. Mit deutlich besserer Laune. Allerdings war diese sicherlich nur gespielt. Daddy! Ich habe dich so sehr vermisst. Guck mal, Albi ist hier! Scorpius lief auf Draco zu und drückte ihn innig. Draco drückte seinem Sohn einen Kuss auf den Schopf und anschließend streckte er seine Hand aus, um Albi's den schwarzen Schopf zu verwuscheln. Heute kein Quidditch? Diese Frage war mehr an Hermine gerichtet, diese aß jedoch ungerührt weiter und beobachtete Draco nicht. Stattdessen antwortete Scorpius, während Dracos Teller unberührt blieb. Quidditch fährt heute aus, Dad, aber Mom hat eine Überraschung für uns, schau mal! Draco wandte sich zu den zwei Paketen um. Dann brummte er, ja, die kamen gestern Abend noch an. Hermine häufte ihm Nudeln auf seinen Teller, da er anscheinend nicht in der Lage war, es selbst zu tun, oder seine miese Laune ihm ver... oder... er hat so viel Spucke im Mund vom Bier... oder seine miese Laune ihm verbot, Hunger zu haben. In diesem Moment verstand Hermine, was Ginny mit der Undankbarkeit meinte. Scorpius hüpfte auf der Stelle. Mom, Dad, bitte, bitte können wir sie jetzt öffnen! Albi stand nun auf, nun auch auf und hüpfte mit. Ja, ich will auch! Bitte, Tante Mina! Hermine beugte sich zu den Kindern vor und legte lächelnd eine bestimmende Stimme an. Habt ihr denn noch eure Hausaufgaben gemacht? Die beiden Jungs sahen sich an und fingen wieder an zu hüpfen. Scorpius antwortete, Ja, und ich habe ein Bild gemalt! Eigentlich für den Familientag, aber ich mag das jetzt schon zeigen! Ich hole das ganz, ganz schnell! Ich liebe, Scorpius zu sprechen, merkt man vielleicht nur mit ihm mal. Scorpius rannte auf sein Zimmer, um das Bild zu holen und Albi rannte ihm hinterher. Für einen Moment waren Hermine und Draco ungestört. Als er einen Blick auf die Sonne warf und seine wunderschönen Augen die Strahlen aufzogen, stand sie auf und räumte die leeren Teller der Kinder ab. Sie konnte seine ignorante Art einfach nicht mehr ertragen. Am liebsten hätte sie ihm entgegengeschrien, dass sie ebenfalls einen anstrengenden Tag hatte, aber sich nicht so aufführte. Gerade als sie zurückkam, packte Albi bereits ungeduldig seine Box aus, während Scorpius noch bei Draco stand und ihm das Familienbild zeigte. Hermine lief auf die beiden zu und setzte sich wieder an ihren Platz. Derweil beobachtete sie die beiden. In dem Moment fiel Hermine auf, wie erwartungsvoll Scorpius auf eine Reaktion von Draco wartete, der für einen Moment sprachlos zu sein schien. Wie findest du es, Daddy? Ich habe es für dich gemalt! Draco schien für einen Moment wie paralysiert zu sein, als Hermine dann neugierig aufstand und sich hinter Draco stellte, um einen Blick auf das Bild zu werfen. Im Wesentlichen waren vier Strichmännchen abgebildet, mit der dazugehörigen Bezeichnung und noch einige andere Details. Diese las Scorpius auch laut vor und tippte die einzelnen Figuren beim Erklären an, während Draco das Bild doch immer in der Hand hielt und es anstarrte. Das bist du, Dad! Ich habe deine Krawatte auch gemalt, weil du ja immer ganz viel arbeitest. Und das ist meine Mom Hermine, weil ja ihre Haare ganz viel lockig sind. Alba hat mir einen Braunstift gegeben, weil ja die Haare braun sein müssen. Aber ich habe ein bisschen Gold, da Hermine Haare in der Sonne manchmal Gold sind. Und das? Das ist meine andere Mami. Ich hatte keinen schwarzen Stift mehr, aber dann habe ich Bleistift genommen, weil Moms Haare ja schwarz sind. Hier ist Arnold, weil er darf doch gar nicht fehlen. Und guck mal, Daddy! Hier ist sogar ein Planet und ein Stern. Ich finde den Mars ganz, ganz toll, weil er so rot ist. Hermine verstand plötzlich in dem Moment, weswegen Draco so sprachlos zu sein schien. Er war gerührt. Wie so verdammt nochmal, fiel es ihm so schwer, seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Der Kleine stand doch immer so erwartungsvoll vor Draco, als würde er erhoffen, seinen Vater mit diesem Bild stolz gemacht zu haben. Doch Hermine wartete auch nicht ab, bis Draco was dazu sagte. Sie nahm Scorpius in die Arme und hob ihn hoch. Dabei sah sie ihm in seine leuchtenden Kinderaugen. Hermine, ich kann ja zwei Mamis haben, oder? Das hast du ja zu mir gesagt heute, weil dann ist keiner traurig. Hermine küsst den Kleinen gefühlt hunderte Male auf die Pausbäckchen und drückt ihn innig. Aber natürlich, wir haben deine Mom alle richtig geliebt. Das Bild ist so wunderschön, mein Schatz. Das hast du ganz toll gemacht. Wir sollten das unbedingt in die Küche hängen. Scorpius legte seinen Kopf auf Hermines Schulter und lächelte selig. Als Hermine ihn wieder hinunterließ, breitete Draco seine Arme aus und umarmte seinen Sohn innig. Dabei flüsterte ihm folgende Worte ins Ohr. Du weißt nicht, wie glücklich du mich gemacht hast, kleiner Mann. Ich bin stolz auf dich. Anschließend drückte er Scorpius einen langen Kuss auf den Schopf und schloss seine Augen. Hermine beobachtete die beiden lächelnd. Wenn Draco ihr seine Gefühle nicht zeigen wollte, so war sie glücklich darüber, ihn wenigstens als liebenden und zärtlichen Vater zu sehen. Das war alles, was sie wollte. Die Hauptsache war, dass Scorpius glücklich war. Denn Scorpius brauchte diese Liebe dringender. Als Draco ihm ein letztes Mal durch die blonden Haare strich, rannte der Kleine ins Innere der Wohnung, um nun auch sein Paket auszupacken. Hermine wollte gerade hinterher, als sie von hinten eine Hand spürte, die sie zurückzog. Die Brünette wandte sich stürnrunzelnd um. Was ist los? Draco blickte sie mit seinem markanten Gesicht an und ihr fiel auf, dass sein Bad wieder gekürzt war. Er sah einfach nur hinreißend aus und da schüchterte Hermine etwas ein. Vor allem mit ihrem verdammten Knitterblazer. Zum Glück hatte sie es morgens noch rechtzeitig geschafft, sich zumindest zu duschen. So wartete sie nun darauf, was der Blonde zu sagen hatte. Ich muss dich oben kurz sprechen. Hermine zog ihre Hand von seiner weg und zögerte einen Moment, ehe sie antwortete. Ja, okay. Natürlich tat sie nur so, als sei sie selbstbewusst. Aber das Gefühl, eine Hiobsbotschaft zu erhalten, verging bei Draco eigentlich nie. Das Schlimmste erwartend lief Hermine ihm hinterher, während die Kinder aufgeregt über ihre Geschenke aus der Box quietschten. Oben angekommen lief sie zögernd mit Draco in sein Zimmer. Sie verschränkte ihre Arme und kaute auf ihrer Unterlippe, als der Blonde sich erneut durch seinen Kinn strich und die Tür schloss. Das Schlimmste erwartete.